Reifenabrieb ist auch der grösste Anteil an Mikroplastik. Das macht 60% des Mikroplastiks aus. Das sind Daten aus der Schweiz von, glaube ich, 2021. Und das bedeutet auch, dass es pro Kopf mehr als ein Kilogramm Reifenabrieb sind. Und ein Kilogramm tönt jetzt vielleicht nicht so noch viel. Aber Reifenabrieb ist nicht schwer. Das hat eine relativ geringe Dichte, das ist ein rechtes Volumen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fibel Fokus. Für diese Folge habe ich, Anke Beermann, mich mit der Fibel-Forscherin Andrea Wigget getroffen, um mit ihr über ihr Projekt zum Reifenabrieb auf dem Acker zu sprechen. Andrea wird uns in diesem Gespräch viel über Mikroplastik erzählen, also beispielsweise, was Mikroplastik überhaupt ist und was sie Spannendes in ihrer Forschung herausfinden konnte. Andrea und ich haben bei dieser Aufnahme auch recht ausführlich besprochen, wie sie den Reifenabrieb aus dem Ackerboden extrahiert hat. Da dies aber etwas den Rahmen von unserem Format Fibel-Fokus sprengen würde, haben wir uns dazu entschlossen, diesen Teil aus dieser Folge zu kürzen. Da das Ganze aber dennoch super interessant ist, haben wir eine ungekürzte Fibel-Collaboration-Folge daraus gemacht. Den Link dazu inklusive Zeitangaben findet ihr in den Shownotes. Hallo Andrea, schön, dass du da bist. Magst du dich mal vorstellen? Erzähl doch mal, wie du hier ans Fibel gekommen bist ganz kurz und was du hier so machst, woran du forschst. Ich bin Andrea Wigget und ich bin seit 2021 am Fibel, arbeite in der Bodengruppe und bin da im analytischen Labor tätig. Wir untersuchen Bodenproben, Pflanzenproben, Düngeproben von Bodengruppen, aber auch von anderen Leuten. Ich habe vorher lange in der Pharma gearbeitet, ich habe Chemie studiert und hatte dann Lust auf eine Veränderung und habe da eine Stelle gefunden, was mich sehr freut. Ja, schön, das freut uns auch. Du hast ja letztes Jahr einen Posterpreis bekommen. Genau. Ich habe neben der Arbeit am Fibel noch eine Weiterbildung gemacht an der Fachhochschule. Ich habe ein MIS in Umwelttechnik und Management gemacht und habe dafür meine MIS-Arbeit, also die Abschlussarbeit, Reifenabrieb untersucht in strassennahen Böden im Kanton Solothurn. Und da gab es dann kurz nach dem Abschluss dieser Arbeit eine Healthy Soils Konferenz in Muttens, auch an der Fachhochschule. Und da habe ich die Resultate dieser Arbeit präsentiert und ganz überraschend den Posterpreis gewonnen. Ja, das hat mich sehr gefreut. Sehr schön, das ist echt cool. Also du hast gerade gesagt, es ging um Abrieb quasi von Autoreifen. Genau, richtig, ja. Und wir sind ja heute hier, um darüber zu sprechen. Und vielleicht fangen wir aber mal ganz vorne an. Es geht ja um diesen Abrieb. Das ist Mikroplastik, was da abgeht. Oder was genau ist das? Genau, es wird auch zu Mikroplastik gezählt. Es gibt Gruppen, die das zu… Sie sagen nämlich Mikroplastik, sondern Microrubber, also Mikrogummi. Die Definition von Mikroplastik ist, dass das Teilchen sind, die kleiner 5 Millimeter sind bis zu einem Mikrometer, die aus Polymeren bestehen und Zusatzstoffen, die helfen, die Materialeigenschaften zu bestimmen. Und Reifenabrieb kann man auch in diese Definition einordnen, weil der besteht aus Elastomeren, aus Kautschuk natürlich und synthetisch und auch aus Zusatzstoffen, die im Reifen vorhanden sind. Genau. Okay, jetzt hast du gerade gesagt Polymere. Ich habe zufällig, ich weiß nicht, es kann natürlich auch sein, dass es daran liegt, dass ich jetzt irgendwie in letzter Zeit mich mit diesem Thema aufgrund dieses Podcasts jetzt so viel damit auseinandergesetzt habe. Aber mein Social Media schlägt mir jetzt seit ein paar Wochen andauernd irgendwelche Sachen zu Mikroplastik vor. Und unter anderem, dass man auch, also was überhaupt Plastik ist, ja, und dass Plastik ja eigentlich irgendwie eine Zusammensetzung aus Polymeren ist und dass man selbst aus Bananenplastik herstellen kann, weil Bananen scheinbar, ich muss dir dieses Video dann mal schicken, Bananen eben auch Polymere besitzen. Und es gibt wohl ganz viele Möglichkeiten, an denen Wissenschaftler jetzt gerade forschen, um Plastik herzustellen. Also nicht nur aus Bananen, ja, ich glaube, ich weiss nicht, wie nachhaltig das jetzt wäre, aber aus Food Waste oder allem. Ja, es gibt ja den herkömmlichen künstlichen Plastik, der erdölbasiert hergestellt wird. Ich weiss nicht, ob alle Leute wissen, was Polymere sind. Ich stelle mir das, also wenn man das ganz einfach und bildlich darstellen möchte, sind das einfach Moleküle, die miteinander verknüpft sind und so ganz lange Molekülketten geben. Und die können dann auch verknüpft werden und zusammenhaften und da gibt es dann so ein Geflecht halt. Also so wie Spaghetti aus Molekülen. Und man kann die auch, wie du sagst, aus natürlichen Materialien herstellen. Es gibt dann Plastik aus Polymeren, die halt nicht künstlich sind oder aus Eidöl basierend entstanden sind. Es gibt aber auch Plastik, der bioabbaubar ist. Das heisst aber nicht, dass er aus biologischen Materialien hergestellt worden ist, zwingendermassen. Und das mit der Bioabbaubarkeit ist auch ein bisschen, also das kommt dann auch auf die Bedingungen darauf an. Ist das jetzt in der Natur draussen im Boden oder müssen da gewisse Temperaturen sein und so weiter. Heisst einfach, dass er nicht für ewig Bestand hat. Also es hört sich nach einem Riesenthema an. Jetzt haben wir geklärt, was Plastik ist und Mikroplastik. Es gibt ja auch noch Nanoplastik, das ist jetzt noch kleiner als Mikroplastik. Genau, das ist dann im Nanometer-Bereich. Also Mikroplastik entsteht ja auch durch die, also zum einen entsteht durch die Zersetzung von grösserem Plastik. Und dieser Mikroplastik wird dann mit der Zeit halt auch weiter zersetzt zu Nanoplastik, zu kleineren Teilchen. Und was ist denn überhaupt das Problem von Mikroplastik? Also das ist überall. Also man findet das auch, es gibt eine Studie von 2018, wo sie in der Schweiz verschiedene Gebiete untersucht haben. Und da findet man auch Mikroplastikteilchen in abgelegenen Gebirgsregionen. Die wurden dahin verfrachtet, wohl durch Winddiffusion. Und das ist einfach ein Material, das gehört nicht in die Natur. Und man weiss noch recht wenig, weil die Forschung noch sehr jung ist, dazu, was das denn für Auswirkungen hat. Es gibt Indizien, dass es Bodeneigenschaften verändern kann, dass es Probleme bei Regenwürmern gibt. Die Regenwürmer können durch diese Mikroplastikteilchen sowohl äusserlich wie auch innerlich verletzt werden. Da sehen wir auch, dass die Grösse dieser Mikroplastikteilchen eine Rolle spielen. Weil wenn die genug klein sind, dass sie halt tatsächlich, wenn die Regenwürmer daran vorbeischrammen, die äusserlich verletzen. Oder dass halt auch Regenwürmer oder zum Beispiel auch andere Bodenlebenwesen diese Tierchen aufnehmen können anstatt Nahrung. Also das heisst, es ist wichtig, wie gross die Teilchen sind. Und die Grösse bestimmt, was haben sie für eine Auswirkung oder für eine Toxizität in den verschiedenen Umweltkompartementen. Aber da ist die Forschung noch recht jung. Und das muss halt, also es ist wichtig, dass das angegangen wird. Du hast ja gerade gesagt, man findet das irgendwie in Gebirgsregionen oder dann eben auch im Regenwürmern. Du hast das ja auf dem Acker untersucht. Wie wäre das jetzt, wenn ich quasi auf diesem Acker dann eben Futtermittel oder Lebensmittel anpflanze? Geht man davon aus, dass es über diese Futter, Lebensmittel dann eben auch in die Tiere beziehungsweise in den Menschen gelangt? Das weiss ich zu wenig. Wir haben aber in der Vorbereitung auch darüber gesprochen. Es gibt, glaube ich, auch Zahlen, die sind aber, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich und nicht einheitlich, wie viel Mikroplastik jetzt der Mensch oder halt dann auch eine andere Plastik aufnimmt. Aber ich glaube, das ist recht schwierig zum Gutnachweisen. Aber es kann, also vor allem, je kleiner die Teilchen sind, desto mobiler oder desto besser können sie halt in Pflanzen gelangen oder auch in den Mensch. Was auch noch ein Problem ist vom Mikroplastik, es sind ja nicht nur die Kunststoffteilchen, sondern die haben ja auch Zusatzstoffe, Weichmacher, verschiedene Chemikalien, die halt als Chemikale allein schon toxisch sind und die gelangen ja dann auch in den Boden und werden da ausgewaschen oder in die Gewässer. Also das heisst, es ist nicht nur das Teilchen selber das Problem, sondern halt auch die Chemikalien, die da mitkommen. Oder es gibt auch Ansätze, die sagen, diese Mikroplastikteilchen können halt auch andere Chemikalien anhaften, die dann so transportiert werden. Ah, okay. Das wusste ich gar nicht. Das heisst dann quasi, dass man toxische Substanzen mit dem Mikroplastik zusätzlich dann aufnimmt. Genau, absolut, ja. Hast du zufällig irgendein Beispiel von irgendwas? Fällt dir gerade was ein? Ja, also der Reifenabrieb ist so ein Beispiel. Da gibt es auch, also man kann auch verschiedene Arten Reifenabrieb analysieren und die eine Art ist, man macht das mit einem Gaschromatograph. Das heisst, die Probe wird verbrannt oder verdampft und dann werden quasi das, was da dann verdampft ist, gemessen. Und da kann man zum Beispiel Zink als Markersuchstanz messen. Und Zink ist in sehr geringen Konzentrationen zwar wichtig für nicht nur Pflanzen, sondern zum Beispiel auch für den Mensch, ist ein Spurenelement. Aber in grösseren Konzentrationen ist es halt gesundheitsschädlich. Es gibt ja auch in Plastik Weichmacher, die Bisphenyle, die schädlich sind, die ja zum Teil auch in gewissen Babyprodukten verboten wurden. Das sind so diese Weichmacher-Substanzen vor allem auch. Oder halt Schwermetalle, je nachdem, was es für ein Produkt ist. Wo gibt es überall Mikroplastik? Hattest du ja eigentlich auch schon so ein bisschen gesagt, dass man das eigentlich inzwischen überall findet. Ja, da kann ich vielleicht noch ein bisschen spezifizieren. Also zum einen entsteht Mikroplastik da, wo Plastik weggeworfen wird oder lagert, in Anführungsschlusszeichen. Das ist ein Abrieb von Plastik und durch die Verwitterung entsteht Mikroplastik. In der Landwirtschaft hat man die Mulfolien, die dann auch, wenn sie eingesetzt sind, zur Verwitterung führen können oder wenn die nicht vollständig entfernt werden können. Es gibt Dünger oder auch Samen, die gekoatet sind mit Plastik, was auch in der Schweiz nicht so wichtig ist. Aber in Deutschland, wenn man Klärschlamm ausbringt, kann auch eine Ursache von Mikroplastik sein oder eine Source. Es gibt Transport über Gewässer, Abwasser und dann halt durch die Luft. Deshalb findet man sie auch überall. Und halt Reifenabrieb. Reifenabrieb ist auch der grösste Anteil an Mikroplastik. Das macht 60 Prozent des Mikroplastiks aus. Also das sind Daten aus der Schweiz von, glaube ich, 2021. Und das bedeutet auch, dass es pro Kopf mehr als ein Kilogramm Reifenabrieb sind. Und ein Kilogramm tönt jetzt vielleicht nicht so noch viel. Aber Reifenabrieb ist nicht schwer. Also das hat eine relativ geringe Dichte. Das ist ein rechtes Volumen. Deshalb ist es ja auch wichtig, dass man Reifenabrieb auch untersucht. Der entsteht halt dann überall, wo gefahren wird. Und das ist vor allem ausserorts eher ein Thema. Innerorts hat es eine gute Kanalisation und dann wird das abtransportiert über die Kanalisation. Aber wenn es dann auch in die Kanalisation geht, dann haben wir es ja dann auch früher oder später… Also in idealer Weise, also ich habe einen guten Freund, der arbeitet im Kanton Luzern und der hat mir mal erklärt, dass sie an gewissen Strassen halt diese Abwässersysteme haben und das wird dann zurückgehalten. Also das sind verschiedene Filter, die halt nicht nur Reifenabrieb, sondern alles Mögliche, was von der Strasse kommt, zurückgehalten wird und das wird dann separat entsorgt oder aufbereitet. Also es wird dann nicht einfach irgendwie in die Flüsse gespült oder sonst irgendwo hin. Das ist beruhigend. Aber du hast auf dem Land untersucht. Genau. Also wir waren im Kanton Solothurn. Das ist ein Teil oder war ein Teil eines BLW-Projektes. Also es wurde finanziert vom Bundesamt für Landwirtschaft. Und wir haben da 15 Kantonsstrassen im Kanton Solothurn ausgesucht, die keine bauliche Abtrennung zum Grasland haben, das daneben war. Also es war eigentlich wirklich Strasse und dann sofort Übergang zum Grasland. Uns war wichtig, dass das Grasland permanentes Grasland ist. Das heisst, da wurde kein Ackerbau betrieben. Der Boden wurde nicht gepflügt. Das heisst, der lag halt über längere Zeit einfach so, wie er ist. Das heisst, es wurde nicht untereinander gebracht. Die Strassen, die hatten kein grosses Gefälle und die hatten auch keine Kurven. Und es waren in allermeisten Fällen Strassen, wo 80 Kilometer pro Stunde gefahren wurden. Verschiedene Verkehrsdichten auch. Und da haben wir Bodenproben genommen im Abstand von einem, zwei, fünf und zehn Meter von der Strasse. Und um die Variabilität auf einer Distanz ein bisschen auszugleichen, haben wir drei Einstiche pro Distanz genommen und dann zusammen gepult. Und diesen Boden habe ich dann im Labor analysiert. Das heisst, das ist das Schwierige am Boden. Das ist nicht Wasser, wo man einfach irgendwie einen Filter anwenden kann und dann hat man das aus dem Wasser rausgefiltert, sondern es ist halt Boden, der sehr heterogen ist. Und es ist anspruchsvoll, da einen Einzelstoff oder einen Einzelpartikel rauszulösen. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, weshalb es keine Standardanalytik für Mikroplastikanalysen oder Reifenabriebanalysen im Boden. Okay. Und was habt ihr gemacht? Und hier sind wir auch schon an der Stelle, die wir uns erlaubt haben, zu kürzen. Wer gerne mehr über die von Andrea angewandte und weitere Methoden erfahren möchte, wie man Reifenabrieb eben messen kann, findet den Link dazu inklusive Zeitangaben in den Shownotes. Okay. Und jetzt nochmal ganz kurz, weil du sagtest, schwarz und schwarz war dann gleich Mikroplastik oder wie kamt ihr da drauf, dass das dann ist? Nein, schwarz, das war der Reifenabrieb. Und der Reifenabrieb ist ja auch eine Art Mikroplastik oder gehört auch zu Mikroplastik, aber da gibt es ja noch ganz viele andere Mikroplastikarten. Und wir gehen davon aus, dass alles, was schwarz ist, auf dem Filter ist Reifenabrieb. Und wir haben nur den Reifenabrieb untersucht und keine anderen Arten von Mikroplastik. Aber weil du gesagt hast, Reifenabrieb kann auch aus unterschiedlichen Sachen dann bestehen. Was genau ist in diesem Reifenabrieb? Also weil ich stelle mir das schon so vor, wenn so ein Reifen abreibt und vielleicht bestimmte Teile fliegen irgendwie weiter als andere oder so. Ist das so? Ja, das ist so, ja. Wir haben wirklich nur die Partikel angeschaut. Weil also wenn man Reifenabrieb hat, sei der kommt jetzt von der Strasse oder man macht ihn künstlich, haben wir auch gemacht für einen Topfersuch. Das ist auch Dominikas Bereich. Für den Menschen sieht das aus, wie das ist ein einheitliches Material. Das ist ein schwarzes Gummidings. Aber das ist halt, wenn man das tiefer analysieren würde, sieht man halt, da hat es Elastomere drin, da hat es Zink drin, da hat es zum Teil Schöfelverbindungen drin, irgendwelche Füllstoffe, die halt dafür sorgen, dass der Reifen härtet, aber dass er auch genug weich ist. Also da gibt es ganz viele verschiedene. Das macht die Analyse auch relativ schwierig, weil es gibt, also das ist, wir haben das jetzt so analysiert, das ist eine relativ kostengünstige Methode. Ein Mikroskop steht, oder ein Binokular steht in der Regel in jedem standardmässig ausgerüsteten Labor. Also es gibt verschiedene Methoden, die mit teuren Geräten verbunden sind, die verschiedene Vor- und Nachteile haben. Dass es halt so verschiedene Geräte oder auch Methoden gibt, hat auch noch einen anderen Nachteil. Es ist dann schwierig, die verschiedenen Daten zu vergleichen, also Daten, die mit anderen verschiedenen Methoden analysiert wurden. Kann man nicht so gut miteinander vergleichen. Und das ist ein Grund, weshalb es wichtig ist, dass es eine Standardmethode gibt oder dass eine Standardmethode definiert und gefunden wird für die Analyse von Reifenabrieb, dass man zukünftig halt auch die Daten untereinander vergleichen kann. Wir haben auch mit dieser Arbeit, also das eine Ziel war ja diese Standortaufnahme oder die Datengenerierung von den Strassen im Kanton Solothurn. Und das andere war aber auch zu testen, ob die Methode, wie wir sie angewendet haben, eine mögliche Standardmethode sein könnte. Wenn halt eine Standardmethode für verschiedene Labors gut durchführbar ist, kann ich mir vorstellen, würden auch eher Daten erhoben werden. Weil das ist ja ein anderer Punkt. Die meisten Daten sind nicht tatsächlich gemessen. Also man geht nicht aufs Feld und nimmt eine Probe und analysiert sie, sondern man berechnet halt Mikroplastik oder auch Reifenabriebbelastungen anhand von Autoreifen, Verkauf, Recycling, Teststrecken und so weiter. Und die sind natürlich mit einer Unsicherheit behaftet. Und zwar hattest du ja gesagt, ihr habt in unterschiedlichen Abständen von der Strasse gemessen. Was habt ihr denn daraus gefunden? Was sehr deutlich war, ist, dass je weiter weg von der Strasse, desto weniger Partikel findet man. Die Partikelgrössenverteilung bleibt relativ ähnlich, aber es ist also signifikant bei fünf und zehn Meter findet man sehr deutlich weniger. Was auch noch zu sagen ist, wir haben ja an 15 Strassen Proben genommen. Ich habe aber für die MIS-Arbeit nur vier Standorte untersucht, weil das zeitlich sonst einfach nicht reingepasst hätte. Und bei diesen vier Standorten ist sehr deutlich, dass eine Abnahme von einem zu zwei Meter signifikant ist. Wir haben dafür einfach die vier Standorte verglichen. Bei dreien war es ganz deutlich, bei einem war bei zwei Metern noch ähnlich viel wie bei einem Meter. Aber wenn man das dann statistisch auswertet, kann man sagen, das ist eine signifikante Abnahme von einem zu zwei Meter. Inzwischen haben wir alle 15 Standorte ausgewertet. Und auch da sehen wir über alle 15 Standorte, dass die Anzahl der Teilchen mit der Distanz abnimmt. Und da sind auch also fünf und zehn Meter Distanz sind deutlich weniger Teilchen wie bei einem und zwei Meter Distanz. Was wir bei diesen vier Standorten für meine MIS-Arbeit gesehen haben, dass da die Teilchenanzahl pro Standort, die sind sehr ähnlich. Das haben wir aber bei allen 15 nicht mehr gefunden. Also da gibt es Unterschiede von sehr wenig Teilchen zu viel Teilchen. Also es ist eine gewisse Spannbreite. Das kann damit zusammenhängen, wie viele Autos auf dieser Strasse fahren. Also wie gross ist die Verkehrssichte? Das kann aber auch ein Einfluss des Strassenbelags sein. Wie ist der zusammengesetzt? Wie alt ist der? Und da sind wir noch der Rahmen, diese Korrelation zu berechnen, beziehungsweise zu sehen, ob es da einen Zusammenhang gibt. Das haben wir noch nicht ausgewertet. Das hat uns gefreut. Also zum einen, weil das mit der Literatur in Einklang ist. Da haben verschiedene Studien das Gleiche gezeigt. Und zum anderen, dass man wirklich sagt, okay, das Problem scheint, oder ja, das Partikelproblem, so wie wir es gesehen haben, scheint am Anfang der Strasse zu sein. Heisst aber nicht, dass die Partikel, die weiter weg sind, nicht auch einen Umweltschaden hervorrufen können. Wir haben einfach quasi eine Bestandesaufnahme gemacht. Die Partikel sind hier mehr wie bei zehn Metern. Aber das impliziert nicht, dass das Problem bei zehn Metern weniger gross ist. Das waren alles Landstrassen? Das waren alles Landstrassen, ja. Da fährt man in der Schweiz 80 km. Wenn man das jetzt so hört, was du jetzt gerade erzählt hast, wäre dann der Schluss daraus, dass man eigentlich zu einer Strasse einen gewissen Abstand halten sollte, bevor man einen Bäcker anbaut? Oder wie hoch müsste der sein? Oder gibt es bereits vielleicht irgendwelche Regelungen dazu? Es gibt eine Regelung, die ist in der ÖHLEN festgehalten. ÖHLEN ist der ökologische Leistungsnachweis. Jeder Landwirt oder jede Landwirtin, die Direktzahlungen erhalten möchte, muss sich an diese Vorschriften halten, dass Direktzahlungen ausbezahlt werden. Da steht, dass in einem Abstand von einem halben Meter zur Strasse nicht gedüngt und keine Pestizide ausgebracht werden dürfen. Und das bedeutet ja auch, dass man dann in diesem halben Meter Streifen keinen Ackerbau betreibt, weil da kann man nicht düngen, da kann man keine Pestizide ausbringen, macht also nicht so Sinn, da anzubauen. Einen halben Meter ist aber jetzt so mit dem Hintergrund unserer Daten relativ wenig. Und das ist die einzige Vorschrift, die wir gefunden haben. Kann man durch eure Versuchsergebnisse jetzt sagen, wie gross dieser Abstand eigentlich sein sollte? Anhand von unseren Daten würde ich das jetzt nicht festmachen, weil, wie gesagt, wir haben ja nur quasi aufgezeigt, da zu viel Reifenabrieb, wir wissen aber nicht, was ist denn die Konzentration, wo es wirklich gefällig wird. Und es kann sein, dass es auch in 25 Metern noch Reifenabrieb hat oder halt, ja, und dann damit auch verbundene Substanzen, die im Reifenabrieb sind. Und es ist schwierig, also ich würde mich nicht anmassen, oder es ist nicht möglich zu sagen, das hat dann keinen Effekt mehr oder ist nicht problematisch. Eine Untersuchung, die im Kanton Aargau und in einem anderen Kanton gemacht wurde, wo sie untersucht haben, wisten die Belastung nicht nur von, also sie haben Zink angeschaut, sie haben Blei angeschaut, sie haben Pax angeschaut. Und da haben sie gesehen, dass schon auch in den ersten fünf Metern ist die Belastung sehr hoch, meistens über der zulässigen Belastungsgrenze. Da gibt es eine Verordnung für Belastung von Böden. Da drin steht auch, was die Konzentration von Zink, von Blei, von Paxein dürfen, dass man den Boden wiederverwenden kann, wenn er zum Beispiel abgetragen werden musste. Aber da steht nichts drin über einen Abstand, der eingehalten werden muss für den Ackerbau. Okay. Kannst du kurz noch sagen, was Paxe ist? Polyaromatische Kornwasserstoffe. Und das sind Substanzen, die beim unvollständigen Verbrennen von zum Beispiel Holz oder auch Benzin, Diesel entstehen und dann halt in der Luft sind oder beziehungsweise dann halt in den Boden gelangen. Mhm. Danke. Genau was noch zu sagen ist, du hast diesen Abstand angesprochen als Massnahme, um dem Plastikproblem oder dem Reifenabriproblem speziell jetzt hier, oder das zu umschiffen oder zu verhindern, dass da angebaut wird. Es gibt auch andere Ansätze. Also das eine ist, man versucht herauszufinden, was hat denn den Strassenbelag für eine Auswirkung auf den Reifenabrieb. Also gibt es Strassenbelag, der mehr oder weniger Reifenabrieb hervorruft? Macht es Sinn, die Strassen zu sanieren? Man kann darüber diskutieren, ob man Abwassersysteme auch ausserorts besser, grossflächiger einsetzt. Es gibt Ansätze, die sagen, man kann Reifen entwickeln, die nicht so viel Abrrieb generieren. Dann ist der Reifenabrieb, also wie viel Reifenabrieb generiert wird, hängt auch von der Schwere des Fahrzeugs ab. Je schwerer das Fahrzeug, desto mehr Reifenabrieb. Es hängt vom Fahrverhalten ab. Beschleunigung, Bremsen produziert mehr Reifenabrieb wie eine konstante Fahrweise. Und dass man da quasi die AutofahrerInnen schult und sagt, irgendwelche Anweisungen gibt oder das auch im Fahrunterricht propagiert. Oder man versucht, den öffentlichen Verkehr auszubauen, um mehr Leute auf den öffentlichen Verkehr zu bringen, weil dann hat man mehr Personen pro vier Reifen. Klar ist dann das Auto schwer, also der Bus ist dann schwerer wie ein Pw. Es gibt verschiedene Ansatzpunkte, wie man das Reifenabrieb-Problem angehen kann. Du hast gerade gesagt, es war Teil eines BLW-Projektes. Was ist denn in dem ganzen BLW-Projekt? Also was gibt es denn da für unterschiedliche, kleinere Subprojekte sozusagen? Also das eine war, wie gesagt, dieser Reifenabrieb entlang der Strasse im Kanton Solothurn. Und das andere war ein Topfexperiment, das Dominika durchgeführt hat. Dominika Kundl, die arbeitet auch am Fiebel bei uns in der Bodengruppe. Sie ist eine Wissenschaftlerin und sie hat dieses BLW-Projekt geleitet und hat auch meine MAS-Arbeit betreut. Und Dominika kommt bestimmt auch zu uns nochmal in den Podcast. Ja, unbedingt. Und erzählt auch nochmal ein bisschen darüber, was sie gemacht hat. In diesem Topf-Projekt haben sie künstlichen Reifenabrieb generiert und dann verschiedene Konzentrationen an Reifenabrieb in die Töpfe quasi gemacht und da verschiedenes Gemüse angebaut, Lauch, Mais, Salat, weiß nicht, ob noch was anderes war. Und halt untersucht, was hat denn der Reifenabrieb für einen Effekt auf die Pflanzen, auf das Wachstum. Oh, spannend auch. Ja, sehr spannend. Ja, da kommen wir dann wieder dazu, okay, was hat es überhaupt für einen Effekt, also auf die Pflanzen und dann später halt irgendwie auf die Tiere und Menschen. Ja. Ich habe auch während dieses M.A.S. festgestellt, es gibt so viele Bereiche, wo ich immer wieder dachte, meine Güte, jetzt schmeissen wir da einfach. Also wir produzieren Plastik, das ist wahnsinnig hilfreich. Also Plastik ist super, ein gutes Material, aber man überlegt sich dann halt nicht, ja, was hat denn das für Konsequenzen, wenn sich das zersetzt, wenn das in der Natur ist. Das Gleiche gilt mit einer anderen Substanzklasse, die ist auch in den Medien, diese perfluorierten Kohlenwasserstoffe, die zum Beispiel mit Teflon drin sind oder in anderen Produkten. Und man produziert was, der Mensch produziert was und erst viel, viel später überlegt man sich, ja, hat das jetzt Konsequenzen? Und bis dann die Politik irgendwann, nachdem die Wissenschaft herausgefunden hat, ah, das ist nicht so ideal, bis dann die Politik irgendwie eingreift und Gesetze macht, ist es halt in der Regel schon viel, viel später. Und das ist so etwas, was ich immer wieder denke, es wäre eigentlich schön, wenn jeder Mensch so ein bisschen bewusster mit dem Material oder auch mit dem Konsum sich auseinandersetzt. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an dieses Bild, so von wegen jeder Zahnbürste, die du mal besessen hast, die existiert eigentlich noch. Ah, und auch Kleider können Plastik sein. Also alles, was nicht Baumwoll ist, also das Polyesterzeug, das ist eigentlich auch Plastik. Und das, also es ist sehr schwierig, ich habe mal eine Zeit lang versucht, nur noch Baumwollkleider zu tragen oder Kleidung zu tragen, das ist sehr schwierig. Ich hatte jetzt neulich gelesen, es gibt auch, inzwischen haben sie Enzyme gefunden, die Plastik zersetzen können. Also da bin ich sehr gespannt drauf, was da kommt, was da passiert. Vielleicht sehen wir uns dann einfach nochmal wieder hier, gemeinsam mit Dominika und Joel vielleicht auch noch. Und dann reden wir über das große BLW-Projekt alles gemeinsam. Genau, und Minagris wird da sicher auch noch zur Sprache kommen, das ist ja auch ein Projekt, das über Mikroplastik und Nanoplastik in der Agrikultur forscht. Okay. Na, ich bin gespannt. Dann vielen herzlichen Dank dir. Danke dir. Und das war es auch schon von unserer heutigen Folge zum Thema Reifenabrieb auf dem Acker. Bei Fragen, Anregungen oder Kritik schreibt uns gerne eine E-Mail oder hinterlasst uns Kommentare auf YouTube oder Instagram. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, euer Fibelfokus-Team.